... Musik ... ... Musik ... Guten Tag, ich melde mich bei Ihnen aufgrund Ihrer Bewerbung. Soweit stimmt alles und wir würden Sie auf jeden Fall nehmen. Doch vorher bräuchte ich unbedingt von Ihnen noch einen gültigen Lichtbildausweis. Püter! 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 Jo, was geht? Gut! Hast du eine Ladekabel? Vielleicht. Hallo, ich habe die Dokumente geschickt, ist es angekommen? Ja hallo, tut mir jetzt leid, das hat uns tatsächlich ein wenig zu lange gedauert. Wir haben uns jetzt leider für wen anders entschieden. Okay, tschüss. Bündchen! Scheiße! Bündchen! 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 Vielen Dank.